Diese Kreaturen, diese sogenannte Horde, sie haben mich in meinen besten Jahren gefällt und sie ernten mein Haar für ihre fünsteren Pläne. Werdet ihr mir helfen, dem einem Ende zu bereiten, Mensch? Ich habe zufällig ein paar ihrer Kräuterkundigen von etwas sprechen hören, das sie Wildfeuer nannten, am Tisch entlang des Weges. Wenn ihr die Flasche dieses widernatürlichen Zeugs nehmen und es auf meinen toten Körper im Nordosten werfen würdet, würde er verbrennen und mein Haar würde hier nicht mehr wachsen. Ich bin schon tot und es ist ein kleiner Preis, um sie aufzuhalten. Ich bin schon tot und es ist ein kleiner Preis, um sie aufzuhalten. Ich bin schon tot und es ist ein kleiner Preis. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde umso baldiger wieder wachsen.